Ich bin der Geschäftsführer von der Reiseagentur nebenan, SMS Frankfurt. Und heute Abend haben wir eine Länderpräsentation Peru, die präsentiert wird von der lieben Magali und ihrem Mann Thilo. Wir machen das ganz ähnlich, wer die Veranstaltung kennt vom Philosophischen Salon. Wir haben das in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil quasi als Länderpräsentation. Ganz klassisch über Peru. Und der zweite Teil berichtet dann Thilo, quasi Erlebnisberichte eines Deutschen aus Peru. Und dazwischen machen wir eine kurze Pause. Und im Anschluss, wenn wir das alle gut überstanden haben, gibt es noch eine kleine kulinarische Belohnung. Und ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Ich wünsche viel Spaß. Und selbstverständlich hinterher können wir gerne noch alle ein bisschen zusammenbleiben, austauschen, Fragen stellen und das gute Essen genießen. Bis dahin. Viel Spaß. Viel Spaßね. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Vielen Dank.